Weil ich habe, ich habe, ich habe ein psychologisches Gutachten machen lassen, ich habe jetzt noch, jetzt kommt noch dieses körperliche Gutachten und damit habe ich sie quasi in der Tasche, also du brauchst nur, ja, das reparieren. Aber ich hatte zwei gebraucht, aber eine davon kannst du auch nehmen. Okay, dann passt das ja. So, ähm, genau. Alles klar, Uppi, da will ich dir viel Spaß haben. Viel Spaß noch. Vielleicht sieht man sich ja heute Abend noch einmal. Aber, ja. Freut mich auf jeden Fall, dass du dein Ziel erreicht hast. So, halt, ich wollte jetzt gerade mal nochmal in Schmelzen. So. Und dahinten ist ein Prontosaurus. Ich weiß. Schon gesehen. Äh, Männchen und Weibchen, was du da hast. Dolphin? Ich habe keine Ahnung. Die sind mir zugelaufen. Was bist du? Ach, beides Weibchen. Verdammt. Verdammt. Ah, mitkommen. Okay. 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 Um. Was ist das denn? Hier ist kalt. Ich werde nochmal. Und da. Hier ist das. Where ist mein Sauerkrainer? Tja. 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 das noch mal halbieren wir packen die Dehnung fest so, dann hier hier ist eine Holzhütten sammler da vorne kämpfen der ist kalt jetzt der ok, nö, ich lande hier doch ich habe mich gerade überlegt da ist ein Agentares so da steht ein teriziadeffektod mit den klauen ach, der ttd ja genau, der komische so, ich film an Wir machen unseren Vorrat mal wieder auf. Wir werden mal aus. Oh, wir haben uns aber zu bis runter gewünscht. Nur weil ich ihn angekreffen habe. Das Fleisch hat nichts in der Ruhm kam. So, ich da rüber. Essen her. Nicht direkt in den Ofen. So, also... Hier bei uns sollte es auf jeden Fall mal gut warm sein, ne? So, 30 wird auch gehen. So. So. Also... So. 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 So, Mayo-Bären rein. Kann ich in die Pole wieder weg, na mal. Am Anfang muss man sofort machen, wenn er betäubt ist. Egal. Gar mein Freund. Du kommst ja nicht in die Richtung. Wenn ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind, dann checkt wir mal einen Partner ab, Instamp Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise, Link unten in der Beschreibung. Ja. Ja. Alter. Was für Drecksviecher sind denn, dass die da jetzt meine Beute weggemacht haben? Was ist ein Dolphy? Es scheint ein Wolf zu sein oder sowas. Okay. So. So. Fünfzehn Filet. Mehr ist leider nicht geworden. Jetzt da rein. So. Zack, 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 zack. Fasern. Da rein. Ah. Noch ein bisschen Platz hier machen, die Bäume mal kurz hinter dem Abholz mit meinem Flugtier. Oh ja, wolltest du Besuch vom Wolf haben? Nee, danke. Der hat leuchtend rote Augen. Wie weit ist denn der von uns entfernt? 174 Meter. Das ist schlecht. Weil ich hole jetzt, ich will gerade uns noch den nächsten, den nächsten Para. Ich habe ein Pfeil mit der Armenbrust abbekommen. Oh, ein Dolphy gegen was? So. Wir nehmen Amthor gegen einen Tech-Raptor oder was war das jetzt? Ah, war interessant. Weiblich. D também. Oh! Das war's für heute. Na gut, ich hab nochmal Leder gefarmt. So, oh Soos, hi, 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 sorry, ich hab dich voll gar nicht. Hallo, Soos. Oh, lauter, lauter, ey. Na, hattest du einen schönen Samstag bis jetzt? Ach du fliegst da oben lang, ich wollte schon kurz sagen. Ja, Maru hat mich wieder dazu genötigt, arg zu zocken. So. Jetzt kommt durch? Nein, der kommt da nicht durch. Der Wolf oder was? Nein. Der Tech. Ah. Kommt gar nicht auf den Schießen. Okay. Weil sobald du ein bisschen zu nah kommst, geht er direkt unter dich, weil er versucht, dich anzugreifen. Okay. Mann und seine Dinos, das stimmt. Ich glaube, jetzt zocken wir schon auf drei Karten, gell? Mach doch nicht. Ah. Sag das, sag das. Ähm. Ich werd jetzt den... Naja. Ich werd jetzt ein bisschen anbauen, dass wir ein bisschen höher gehen können. Und wenn du noch einen Pfeil hast, hier läuft, fliegt grad ein Pentradon. Dann kannst du dann noch... Du hast gepfiffen, du Scherzkeks. Nein. Nicht meiner. Oh. Ich hab... Ist ja auch nicht kleiner als meiner. Ich hab ja mal einen Dino rausgewollt. Ich werd jetzt anbauen. Ich hab jetzt ein grüner Strang. Ich hab jetzt ein grüner Strang. So. Dann... Das mal so. Ah. Bitte, 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 bitte. Sechzehn. Kann man nicht drauf gehen. Wasser. Ganz kurz. Ich muss... Äh. Was ist denn das? Ich brauch nämlich jetzt schnell mein... Ach man. Noch mehr. Äh. Hier kommen keine Diamanten runter. Hier kommen Statuen runtergeschwebt. Statuen. So. An. Willst du Besuch haben? Nein. Nicht? Jetzt grad... Jetzt grad nicht. Ich will den kleinen Dino haben. Der rumfliegt. Zu spät. Bis Besuch. Was? Hast du ihn jetzt plattgemacht oder was? Hallo. Das ist nicht fair, was du da bist. Was mach ich denn? Ich hab einen Poplar hier dran. Ach man, Dolphi. Hat er ihn kaputt gemacht? Ja, ich hab extra mit Betäubungsfällen drauf geschossen. Ich bin ja... Ich bin ja... Ich bin ja nicht Schadenfreude. Nein. Noch nicht. Oh nein. Nur keine Schadenfreude. Äh. Jo. So. So. Ah. Dann, dann, dann. Ah. So. So. Das ist einer. So. Äh. Nein, das war's nicht. So. Gehen wir mal kurz den Dünger da wegbringen. Und der Kraft muss weg.